Die NFL ist endlich wieder am Start, der erste Spieltag steht an und wir haben natürlich Top-Tipps in diesem Video für die ersten Matches und einen Tipp, mit dem du in diesem Jahr jede Woche Geld drucken wirst, also unbedingt dranbleiben, dass du den nicht verpasst. Am Donnerstag ging es schon mega spannend los in der NFL, der amtierende Champion Kansas City hat zu Hause das erste Match verloren, hatten eine Verletzung von ihrem zweitgrößten Star-Player, die sie hinnehmen mussten und genauso kann es natürlich am Wochenende weitergehen mit jede Menge Action. Es werden sehr enge, spannende Matches und wie du am besten durch die ersten Wochen der NFL kommst, das erfährst du in dem Video. Wir haben auch einen richtig heftigen Tipp hier, ein Team, wo du in diesem Jahr jede Woche blind gegen gehen kannst. Ein Team, was du unbedingt immer auf dem Zettel haben musst in der NFL, vor allem Woche 1, sind die Baltimore Ravens. Sie sind das einzige Team, was in der NFL mit den besten Spielern in der Vorbereitung spielt und voll durchzieht. Sie wollen jedes Spiel gewinnen. Sie haben über die letzten Jahre 24 Vorbereitungsspiele am Stück gewonnen und gehen immer top vorbereitet in die Saison, vor allem im ersten Spiel, überrollen sie die Gegner meistens, weil diese nicht so eingespielt sind. Und das müsst ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Baltimore immer ein Top-Tipp am ersten Spieltag. Dann gibt es noch Matches, die jedes Jahr sehr spannend sind am Anfang und das sind die Divisional Matches. Das heißt, Teams, die in ihrer eigenen kleinen Tabelle sind in der NFL, die jedes Jahr immer wieder gegeneinander spielen. Diese Teams kennen sich in- und auswendig. Das sind knüppelharte, enge Spiele. Und hier kann man jedes Jahr perfekt mit dem Außenseiter gehen oder mit Unterwetten. Und hier haben wir ein sehr perfektes Match-Up New York Jets gegen die Buffalo Bills. Zwei sehr starke Defensiven, die hier aufeinander treffen und die sich wirklich jedes Jahr in dieser Division betteln. Das heißt, hier erwarten wir auf jeden Fall eine ganz enge Geschichte, die man super gut wetten kann. Das ist schon mal auch so eine Sache, die du immer beachten musst. Wir haben sehr viele Underwetten gespielt und die Quoten sind alle schon massiv runtergegangen. Also wir sind genau auf der richtigen Seite, wo die anderen Profis mit am Start sind mit uns und dementsprechend den Tipp auf jeden Fall notieren. Aber jetzt kommen wir zum absoluten Knaller. Ein Team, was mit Absicht verliert. Ich versuche es ganz schnell und einfach zu erklären. Es gibt in der NFL den Begriff tanken. Das heißt, Teams verlieren mit Absicht. Warum machen das diese Teams? Das Team, was am schlechtesten abschneidet, kann im nächsten Jahr die besten Spieler aus dem College als erstes auswählen. Und immer wieder gibt es Mannschaften, die neu aufgebaut werden. Und dieses Jahr ist es Arizona. Die Arizona Cardinals haben gute Spieler weggegeben, sie mit Absicht mit schlechten Spielern ersetzt, haben einen super jungen Coach, der keinen Plan hat reingeholt. Also sie haben alles dafür getan, möglichst viele Spiele in diesem Jahr zu verlieren. Und sie werden sich auch nicht anstrengen. Es wäre absolut tödlich für sie, Spiele zu gewinnen. Und da könnt ihr jetzt jede Woche drauf gehen. Könnt ihr die Uhr nachstellen. Sie spielen diese Woche gegen einen nicht ganz so starken Gegner mit Washington. Und dementsprechend kriegt man auch eine echt attraktive Quote. Und das Team auf jeden Fall fett anstreichen. Jede Woche könnt ihr gegen die gehen in diesem Jahr. Wir gehen gleich rein zum Buchmacher und ich zeuge euch die besten Optionen. Aber natürlich, wie immer der Hinweis, unbedingt in die Free-Telegram-Gruppe joinen. Die ist unter dem Video verlinkt. Da kriegt ihr jede Woche Live-Wetten am Wochenende. Heute erst haben wir eine 52-Quote rausgegeben beim Basketball, die easy gewonnen hat. Also wenn auch du solche schönen Quoten nicht mehr verpassen willst, dann unbedingt rein joinen in die Gruppe. Wir schauen rein in die Quoten und ihr werdet hier gleich sehen, es hat sich schon einiges getan. Wenn wir zum Match runtergehen, Buffalo Bills gegen New York Jets, dann ist die Quote schon richtig runtergegangen. Wir haben hier für unsere Follower eine unter 47 rausgegeben. Die ist jetzt auf 45,5 runter. Das ist schon sehr massiv, weil 47 und 46 sehr wichtige Punktzahlen sind, die sehr oft vorkommen in der NFL. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, legt ein bisschen was drauf, nehmt die unter 46,5. Das ist eine absolute Top-Wette bei diesem Spiel. Es wird sehr, sehr eng und ich erwarte hier einen engen Schlagabtausch mit ungefähr knapp über 40 Punkten. Aber die 46,5 eine super starke Wette unbedingt mitnehmen. Bei den anderen Spielen habt ihr mehrere Optionen. Und zwar könnt ihr im Handicap mit den Baltimore Ravens gehen. Minus 9,5 ist eine schöne Option. Die sollten hier in Führung gehen gegen die Houston Texans in der ersten Halbzeit und dann immer weiter draufdrücken und das deutlich gewinnen. Ihr könnt aber auch mehrere Optionen nehmen. Ihr könnt zum Beispiel die beiden Teams kombinieren. Ihr habt hier eine 1,31 auf die Washington Commanders, 1,22 auf die Ravens. Für die Fortgeschrittenen unter euch, es gibt noch die Option zu teasern. Das heißt, mit den Punkten runtergehen, dann kombiniert ihr zwei Teams und habt hier ein sehr geringes Handicap zu einer schönen Quote, dass es so ist wie eine Kombi-Wette. Nur besser auf jeden Fall. Also ihr habt hier viele Möglichkeiten. Washington Commanders, minus 6,5 würde ich mitnehmen. Ravens, 9,5. Ihr könnt die Siege kombinieren. Also ihr habt hier jede Menge Möglichkeiten für Wetten fürs Wochenende. Zusammen mit der Unterwette noch sehr starke Plays in der ersten Woche. Wir lassen uns natürlich nicht lumpen und hauen auch in der NFL wieder ein Gewinnspiel raus. Wenn du eine Pay-Safe-Card gewinnen willst, dann kommentiere doch deinen Tipp für das Ergebnis New York Giants gegen Dallas Cowboys. Wer wird das Spiel gewinnen? Und eine kurze Begründung in die Kommentare. Editierte Kommentare zählen natürlich nicht. Das Spiel findet von Sonntag auf Montag statt. Also ihr habt noch Zeit. Haut ran. Unbedingt rein in die Kommentare und tippt euren Gewinner von diesem Spiel, damit ihr die Chance auf eine Pay-Safe-Card habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg am ersten Spieltag. Es wird sehr, sehr geil. Ich habe richtig Bock. In der nächsten Woche ist auch Julian mit am Start. Wir werden jede Woche euch NFL-Wetten rausgeben in diesem Jahr. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017